ja herr lieben tolle ich bin meine lieben freunde und damit darf ich heute einfach von let's play zum machen wir begrüßen wir müssen ja hier wieder mit den event level weiter machen wir haben ja in der letzten folge schon die ersten zwei von tokaigi gespielt wird befebbs level 1 und 2 typen wenn ich gerade abgelenkt bin aber meine katze spielt gerade mit unserem elektrischen staubsauger sie hat ihn gerade aus versehen angemacht okay ich muss aufhören mich von diesem süßen verlecker ablecken zu lassen das ist gar nicht so einfach also in der letzten folge haben wir schon die ersten zwei level gespielt das dritte dran wo ich gerade eben schon angefangen habe aufzunehmen und keine ahnung hatte was ich tun soll ich war komplett verwirrt wir haben hier nen joshi und hier müssen wir das dinge wegkriegen ich habe zuerst versucht den p switch hier irgendwie zu aktivieren aber wir müssen die kupas abschießen mit dem feuer hier mit dem feuer hier mit dem feuer hier damit hoffentlich die kanonen auf dem p switch fallen so nicht weil wir haben gerade keinen einzigen koopa getroffen das sollte etwas anders funktionieren so ungefähr okay wird er getroffen ja wurde so jetzt dadurch okay ich war wie gesagt hier zuerst gerade sehr verwirrt weil ich nicht wusste was ich tun sollte aber dann ich muss jetzt tatsächlich da bei dem youtuber nachgucken und ihr wisst wie alt dieses event level ist ich muss erst meine weile suchen bis ich eine folge gefunden habe okay hier scheint es weiter zu gehen okay ich glaube das funktioniert schon wollt ihr da mal runterfallen so auf den you know also wir müssen die ist richtig verstanden nein damit ich brauche doch den hammer ja also wie es ein hammer werfen muss hier wirf ganz hoch okay ich versuche mal mit dem feuer moment hat das keine normal okay ist eine nette idee aber ein bisschen nervig das funktioniert nicht der stirbt jedes mal ich krieg die krise wie soll das funktionieren ernsthaft ich verstehe es nicht ich hasse dieses level leute im ernst mal wer kam auf die idee Oh mein Gott, Kami spielt an meinem Fuß rum Wie soll der denn weiterfliegen, Azo? Ich verstehe nicht, was du von mir willst, Spi Was soll dieser Scheiß? Ich raste gleich komplett aus Oder von ganz oben, ja, dann fliegt er durch Hat, das hat wirklich funktioniert Okay Ist eine interessante Idee, mach mal aber etwas nervig Ja, das war's schon Das ging flott, das freut mich, das ist cool Geil, okay Well Okay Okay War bis jetzt das Beste von den Togen Okay, gut, hat doch 33% Abschlussrate Wie viel hat denn das Vierte? Äh, 10, dann kriegt man das auch gut hin Es wurde als Endrunde im Finale des Baumeisterspielkönig-Werbwärts verwendet Zu überleben ist hier nicht schwer, aber Bestzeiten zu erringen erfordert einiges an Technik Was machst du, Kami? Okay Ähm, ja gut, wir wollten hier keine Bestzeit bekommen Oh Okay Achso, dass man hier schnell Hier ein bisschen das Jump'n'Run-Level, oder? Ho! Ah Ah, ja Das ist da Das ist nämlich noch Es geht in Es geht in Mein Schulregal Warum tust du das? Kami Oh, diese Katze Sie macht mich so verrückt Sie tut so viele Dinge, die sie nicht tun sollte Das ist so cool Sie knettet gerade in meinen Schuhen rum Es tut mir leid, dass ich schon wieder abgeleckt bin Aber es ist nicht leicht Mit einem kleinen Kätzchen Aufzunehmen Aber ich möchte ja trotzdem aufnehmen Oh Gott, das ist nervig Warte Ja, fuck Wir müssen ein bisschen drunter rutschen Moment nochmal Skrillchen, los, go Go Fuck Du darfst jeder meine Schuhe ein bisschen kaputt machen Aber nicht die von meiner Uniform Ja, die sind wichtig Äh, warum muss ich verfallen Uniform Soll ich euch jetzt wundern? Alter War gerade schon oben Meine Katze lenkt mich zu sehr ab Fucking Katze Oh nein Das ist ja ranzig auf Doom Okay Oh Gott Das war ranzig Das war sehr ranzig Das ging Oh Moment Hoch Mario Danke Okay Einmal hier durch Wow Ja, geschafft Achso, ich muss dann doch Ich muss dann auf dieses Eis Dingens Oh Gott, ist das nervig Das erfordert nicht einiges an Technik Das erfordert einiges an durch Hatte für mich, weil dieses Level scheiße nervig ist Ha Gut, okay Auf diesen Eisblock zu kommen Braucht man ein bisschen Skill Obwohl nicht Ja, doch Also Sobald ich das geschafft habe Kann ich von mir sagen Dass ich Skill habe Das empfinde ich ganz gut Mann Moment Ich weiß, das ist gerade immer komplett falsch Timer jetzt Okay Willi Warum ist der da Oh Das ist nervig Manche Level von Manche Event Level sind echt schlimm Okay, jetzt aber Nein, das war schlecht Nochmal drauf Oh Fuck Das erste ist so Okay Ist einfach Das nächste Das hier Ich kriege die Krise Das ist Nintendo Wie es Event Level macht Okay, Leute Ähm Ich weiß nicht, wie lange ich euch dieses Elend hier noch anschauen lassen will Ich meine, wir haben ja da oben auch ein Zeit Limit Okay Still scheiße Muss ich mal so Moment Jetzt geht er durch Geht's durch Highland Sakrament Normale Ich rasch hier gleich raus So auf Schwäbisch Und das ist jetzt Und das ist jetzt Chair Okay Ganz ruhig Komm jetzt Mario Du cashless Ah du Okay War of Rage Ähm Beendet Schwäbischer War of Rage Das ist Krebs Das ist Krebs Das ist Krebs Im Endstadium Ohne Witz Das ist Krebs Mit AIDS Und Alles Oh Leute Werd euch eigentlich ins Hirn geschissen Bei dem Level Ah Halleluja Ey Endlich geschafft Alter Ohne Witz Was stimmt nicht mit euch War die Challenge Wer kann das nervigste Level bauen Oder wie stelle ich mir das gerade vor Oh mein Gott Mein Gott Sorry dass ich gerade so ruhig bin Aber ich muss mich irgendwie konzentrieren Ah Halleluja Oh cool Es wird noch nerviger Es hätte Wäre auch schade gewesen Wenn nicht Ich mag es doch nervig Ich liebe es Wenn Level total nervig sind Wenn ich am liebsten Beim Spielen am liebsten Einfach nur kotzen würde Und im Strahl brechen Und Oh ich hab's geschafft Äh Äh Nein Nicht so Darunter Moment Wie komm ich da rein Wie komm ich da rein bitte So Ah Nein klappt nicht Alter 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 Vater Wer zur Hölle hat dieses Level gebaut Kann den irgendjemand abtreiben Meine Güte Boah ist das stressig Und nervig Nein nicht so Äh Achso die bleiben Ich hab gedacht die muss ich jetzt besitzen Oder so Okay das ist Mein Gott Mario Just do your thing right Thanks Moment Lass mich eben den nochmal hoch holen Danke Runter. Das muss ich erwarten. Wir sind Nintendo. Wir sind lustig. Jetzt. Okay. Oh, meine Highland Snyderball. Wer macht so eine grenzstibile Kackscheiße? Wer zur Hölle hat euch ins Hirn geschissen? Jetzt mal Ja, wir haben nur noch 100 Sekunden. Hätte keinen Bock, diesen Kassen... Na toll. Okay. Wer befordert. Oh, nein. Ich will das nicht alles normal machen. Für euch würde ich schneiden, aber ich will das nicht normal machen. Ich will das nicht. Ich hase diese Level. Ich hase diese Togai-Gi-Level. Mann! Jetzt fährt er zu weit. Feuer fährt er zu weh. Du seid die Sekunden für dieses Level. Ich will das jetzt endlich schaffen. Warte, 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 warte. Ich will das nicht normal machen. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Komm schon. Sei einfach nett. Ich wende da unten nach. Der Rühe ist das Ziel, oder? Mann! Ich springe noch später los. Dann wird es wahrscheinlich funktionieren. Näh, 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 näh. Näh, näh, jetzt. Halleluja. Oh. Ich habe keine Zeit. Ich werde einfach nicht auf die Zeit achten. Ganz ruhig. Nein, 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 nein. Ganz ruhig. Ziel! Ziel! Lass doch das Ziel sein. Bitte, 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 bitte. Ziel, 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 Ziel. Okay, gut. Das ist auch okay. Vielleicht schaffen wir es noch. Mit dem Herz der Karten. Ich komme noch nicht mal durch. Ja, okay. Ich hätte ihn noch erschießen müssen. Gut, okay. Aber wir hatten ja einen Checkpoint. Wir hatten ja einen Checkpoint. Ist ja alles okay. Ist ja alles okay. Näh, 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 näh. Okay, jetzt haben wir wieder den... Okay, gut. Ist alles. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Halleluja. Ich wollte keinem groß werden. Dann sind wir die Bowser. Das ist auch so nervig. Wir dürfen gar nicht mal getroffen werden. Doch dürfen wir. Oh. 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 Warte mal. Okay. Durchrennen geht nicht. Alter, das ist so schulze nervig schon wieder. Welche Missgebote hat dieses Level? Nee, ohne Witz. Ich verstehe die Menschen nicht, die solche Level... Und sowas gewinnt dann irgendeinen Preis für als tollstes Level? Wurden die Preisrichter bestochen? Das ist total nervig und dumm hier. Ich bin mal eben ein bisschen ruhig. Okay, jetzt muss ich eben den Pils holen. Bitte nicht gleich beide, Mario, das wäre total intelligent und nett von dir. Schuss! Schuss! Eben der Bullet her lausweichen. Schuss! Schuss! Spaß! Hatte noch nie so viel Spaß beim Mario spielen. Mein Spaß-Level ist over 9.000. Yeah! Yeah! Das ist so innovativ und spaßig. Ich glaube, ich reiße dir aus. So viel Spaß macht das. I can't handle the fun! Do you see me? I can't handle the fun! Hätte gerade mehr Spaß, mir in den Nadeln durch die Augen zu stechen. Aber es sind alle tot. Halleluja, wir haben es geschafft, Leute. Halleluja, wir haben diese unglaublich spaßigen Level hinter uns gebracht. Halleluja! Und somit hätten wir schon mal diese 4-2-Geige-Level fertig. Ich habe wirklich 10 Minuten dafür gebraucht. Gott, war das ein Elend! Naja! Aber ich würde sagen, wenn euch dieses Elend gefallen hat, würde mich sehr mit einem Daumen nach oben ohne Kommentar freuen. Links zur ersten Folge und zu beweisen Super Mario Mike unten in der Beschreibung und nach allen Social Media Links. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns da beim nächsten Mal wieder und ja, was gibt es denn noch noch zu sagen, außer Tschüss Silly! Tschüss!